Ja, nachdem uns in der letzten Folge die Aurora um die Ohren geflogen ist, bin ich da ein bisschen rumgeschwommen und habe ein paar Pläne gefunden. Die mobile Fahrzeugstation, den Seegleiter, die Seemotor müssen wir auch noch gucken und emaliertes Glas mit dem Pirscherzahn, also die Stalkers. Im Endeffekt, wenn die einem angreifen und man die direkt mit dem Messer haut, dann verlieren die ihren Zahn-Kabelsatz und hier kann man dann, das ist ein bisschen blöde, wieder mal hier. In der Datenbank gibt es geologische Daten, da kann man zum Beispiel rauskriegen, wo man Bleisilber und Goldquellen her hat. Nämlich aus Sandsteinen und aus Kalk, Titan und Kupfer, Technologien, Energie, Bioreaktor können wir machen, lohnt sich momentan nicht. Die Fahrzeuge halt, die Seemotte mit Möglichkeiten, kann man jede Menge lesen. Pirscherverhalten und Körperbau, da wird halt nochmal erklärt, wer das mit dem Substrat ist und die Lebensformen, die wir gefunden haben, die Korallen und Daten-Downloads, Betriebsprotokolle, losgelöstes Wachsstück und ist zwar verboten, das Bergen, aber okay, naja. Und Unüberleben für Aurora und das war halt die Nummer 3, die wir ja gefunden haben und deswegen können wir die mal rausnehmen. Stimmt es nicht. Ähm, wir haben aber wieder eine Message, äh, aber ich möchte erst noch ein paar Sachen craften. Oh. Ähm, das erste, wir können den Kabelsatz machen. Zack. Und den Computer-Chip, dafür brauche ich die Korallen, die haben ich da auch irgendwo hier. Nicht da. Und den brauchen wir nämlich auch. Ähm, ich habe auch schon ein paar Sachen gemacht und zwar, ähm, Kupferdraht brauchen wir nochmal. Kupferdraht, 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 zwei Kupferdraht, äh, hab ich jetzt kein Kupfer mehr? Ein Kupfer. Äh, ich will die Seemot haben. Kupfer, 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 äh, ich hätte gedacht, ich habe alles. Äh, wie so oft, irgendwo. Ah, hier ist nix. Eben hatte ich jede Menge. Jetzt muss man nur sagen, wo man dann gewesen ist. Ich bin in die komplett verkehrte Richtung unterwegs. Äh, äh, naja. Und das ist mal wieder nix drin. Gott, Kupfer. Ähm, ich suche mal kurz Kupfer und bin dann wieder zurück. So, Kupferdraht. Kupferdraht. Der erweiterte Kabelsatz braucht man Gold für den Computerschutz und Kabel, ne? So, die, den Seegleiter als er erstes. Jawoll. Damit sind wir viel... Genau so. Ja, ja, man braucht mal sowas mit dem. Die mobile Fahrzeugstation braucht Titan, Bahnen, Schmierstoff und Energiezellen. Ähm, die können wir auch schon machen. Ähm, machen wir einfach schon mal. Und packen die schon mal aus, auch wenn wir noch nicht die Pläne haben für die Seemotte. Weil die Seemotte, äh, die braucht in der Seemotte. Natürlich. Ähm, wenn euer Inventar voll ist, ähm, dann und ihr ein, ähm, wo sind wir hier? Äh, hier ist tief genug. Und ihr ein Medikit benutzt, rausholt. Au! Was zum... Ein Stocker oder was, ne? Ein Pöscher. Dumm! Komm her, du blöde! Popo, du! Ähm, ach ja, ich möchte auch übrigens dieses, äh, kraftvoll, was ich in der letzten Folge ausgesprochen habe, äh, entschuldigen. Ähm, was soll der denn? Die sitzen momentan 14 mal hier rum. Egal. Also, ähm, nein, ich wollte es nicht runterschmeißen. Ich wollte es auf die legen und dann aussetzen. Und, oh. Ja. Man muss ein bisschen unter Wasser sein. Schon ganz locker. Ja. Und Blöcher. Vom... Hau ab, Mensch. Hier ist doch gar nichts. So, und, ähm, wenn man jetzt hier drauf klettert, da kommen diese kleinen witzigen Thronen hier. Und man kann die benutzen und Fahrzeuge bauen. Und zwar nicht bekannt. Und wir haben eine Message. Ähm, wir haben schon die zweite Message bekommen. Und deswegen sollten wir wieder reingehen. Ähm, und dann will ich noch schön was kaufen. Oh Mann, zwei Messer Schluss. Wie gesagt, ist ein bisschen hektisch am Anfang. Ähm, ich brauche die Standardflasche, weil dann kann ich nämlich die, die hier machen. Ähm, mit ein bisschen Titan. Die müssen wir noch zum Wasser machen. Den Kammelsatz brauche ich auch irgendwo für. Ähm, gucken wir gleich mal. Ja. Ich wollte die Tauchflasche mit hohen Kapazität haben. Ähm, wir brauchen den Strahlenschutzanzug. Den könnten wir auch machen. Ähm, Fahrzeuge habe ich mich auch. Aus den Schlingenpflanzen. Aus diesen Pflanzen, ne. Und ein Kreislauchtauchgerät kann man auch machen. Ähm, damit spart man dann, äh, Sauerstoff. Aber der Strahlenschutzanzug ist eigentlich auch recht gut, weil er uns gegen Strahlen schützt. Und in der Ecke von der Aurora gibt es halt Strahlen. So, jetzt müssen wir noch kurz gucken. Geräte, das haben wir alles gemacht. Werkzeuge brauchen wir auch nicht. Das Konstruktionswerkzeug. Ähm, damit können wir dann nachher unsere Basis bauen. Das sind wir noch nicht. Die Tauchleine. Ähm, okay. Ausrüstung, Leitung. Wie gesagt, Kreislauchtauchgerät. Müssen wir mal gucken. Nahrung, äh, ne. Und Elektronik. Ich weiß echt nicht mehr, wofür ich den Computerchip gemacht habe. Und den Kabelsatz. Ähm. Packen wir mal die Sachen weg. Hier, es kommt bestimmt wieder. So, äh, machen wir noch einmal kurz. Schmierstoff. Und einmal Wasser. Und zwar aus der Klomleiche. Und dann gucken wir uns die Nachrichten an. So, und, äh. Wasser trägt man mal direkt. Mit geht wir auch nicht schlecht. Ah, apropos medkit. Ähm. Ähm, genau. Also wenn ihr voll, Inventar voll habt. Dann, äh, fliegen euch die medkits, äh, nach draußen. Habt ihr ja gerade gesehen, ne? Die hängen dann draußen rum. Da sind sie. Da müssen sie ein bisschen aufpassen. Dann sind wir noch glatt nochmal runtergeklettert und wieder hochgeklettert. Naja, okay, Messages. Oh, Sunbeam. Yay, wir werden abgeholt. Oh, eine Woche, okay. Aber dann haben wir. Sind wir gerettet? Ja. Ja, ja. 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 Ähm. 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 Ich kann aber nichts sagen. Hallo. Äh. Naja. Okay. Also immer jetzt nochmal. Ähm. 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 Ich dachte ja nicht, dass wir die müssen. Okay. Ähm. 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 Das ist schon in der Beziehung. Also. Wir haben. Die Siegleiter. Den Siegleiter. Sehr schön. Damit sind wir längst schneller. Ähm. Baupläne. Haben wir neue. Der erweiterte Kabelsatz. Ähm. Und. Sprachaufzeichnungen. Das sind die. Sachen halt. Und Datenbank. Ähm. Gucke ich mir dann mal offline an. Damit wir wissen, was wir gefunden haben. Die Röhrenquallen. Die Scheibenkoralle. Die Tischkoralle. Die Pflanzen. Ist ne leute. Geschichte dabei. Immer. Also. Lohnt sich vor allen Dingen durchzulesen. Wenn man nicht gerade ein Let's Play macht. Ähm. Ähm. Ja. Gucken wir doch nochmal. Geräte. Ähm. Wir müssen scannen. Aber wir können auch das Konstruktionssystem. Werkzeug machen. Da brauchen wir einen erweiterten Kabelsatz. Dann brauchen wir nochmal ein Gold. Bin ich der Meinung. Gold. Weil den Rest haben wir schon. Wir haben das und das. Für uns fehlt Gold. Ja. Gold. Unten wird was zu essen. So. Ähm. Hier hinten war viel Sandstein. Und den Sandstein kann Gold drin sein. Und da hinten ist nur neuer. Neuer Fisch. Ja. Und die Pirsche sind normalerweise hier. Ah. Einen Pirsche. Den brauchen wir. So. Die brauchen wir nachher. Sehr viele von. Metallschrott ist Titan. Brauchen wir nicht. Noch einer. Guck. Äh. Die verlieren die auch, wenn die Metallschrott hochheben. Sandstein. Oh. 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 Wir können auch die nehmen. Oh. Toll, ne? Ja, ein schönes Teil. Kann man sich stundenlang angucken. Mit Lampe, ohne Lampe. Kalkstein ist so eckig? Das sind, oh, die sind, ah. Ja, ja. Die sind gefährlich. Die ziehen einen in den Bann. Aua! Und die hauen einen. Flimmerflügel. Edge, du bist tot und ich hab dich trotzdem geskippt. Upsa. Okay. Salz brauchen wir nicht, haben wir jede Menge. Die sind auch nicht so schön. So kannst du sagen, das sind die Menge. Kaka? Oh, nee. Kalkstein. Dieses... Donnern ist auch irgendwie sehr seltsam, ne? Kalkstein, Kalkstein. Was macht hier so einen Krach? Aha. Oh. Äh, nicht gut. Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Ja, nämlich alle die Sachen, die wir eingesammelt hatten. Was wir nicht verloren haben, ist, ähm, unsere Erfahrungswerte. Aber, hm. Wir hatten Pirscha gefunden. Jede Menge. Wir brauchen, wir. Pirscha-Zähne. Komm. Ich müsste doch noch mal gucken, wofür man am sattesten wird, ehrlich gesagt. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ja, guck schon. Hallo. Kalkstein. Also, diese komischen Dinger da sind nicht lieb, wie wir gerade bemerkt haben. Ich würde doch gerne gucken. Ich brauche keinen Kalkstein, ich will keinen Kalkstein, es sind auch jede Menge von den Eiern, aber wir haben noch kein Aquarium dafür, das ist echt doof, jetzt haben wir zwei von diesen Zehnen verloren, für nix, ein bisschen mehr Licht hier, also eben hatte ich so viel Glück und jetzt habe ich keinen Kalkstein, das ist auch ein Kalkstein, ich will das ein Ei, ein Ei braucht doch kein Mensch, Oh, ne neue Nachricht, ach ja, das ist Kalkstein, da ist ja der Sonnstein, Gold, Dankeschön, genau, das haben wir doch gesucht, Salz brauchen wir nicht, bis zu dem Augenblick, wo ich sage, ich muss rein suchen gehen, das Kalkstein, das war noch Titan anstelle von, vielleicht Kupfer, was wir wirklich hätten brauchen können, Da vorne ist ein großer Hai, der ist nicht lieb, Ah, hier war ich noch ein bisschen davon mit, Ich bin aber auch keine weiteren Kracher hier, Oh, da ist Sandstoff, Blei, Kopfer, Oh, oh, ich sehe was, Oh, da ist ein bisschen tief, Ich sehe was, Simon, So, Nummer 17, sollte man sich merken, wie die Dinger heißen, weil, äh, sonst kommt man, Dann haben wir wieder in das gleiche zurück, PDA, Haltungskatze 17, Gucken wir uns nachher mal an, in aller Ruhe, Ein bisschen was hier in der Umgebung, Da ist was drin, Laserschneiderfragment, Okay, 1,2,3,3,3,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 wie markieren da jetzt die fronte daran mal bald das noch mal Guck mal, was wir hier finden, wenn wir schon mal da sind. Nein, nicht hoch. Immer schön scannen, damit die Dacher nicht mehr auftreten, auch wenn man sie nicht brauchen kann. Aber sie stören einen da nicht mehr. Ja. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich schwirre mir zurück, solange ich noch weiß, wo ich rauskomme. Und da war das dann schon. Beinahe nicht mehr rausgekommen. Jetzt würde zum Beispiel diese Luftpumpe helfen. Und die packt man hier oben hin und dann kann man dann sich Luft hier unten runterholen. Das werden wir dann mal machen. Das sieht nach der Seemutter aus. Bitte, bitte, bitte. Ja. Zwei von drei. Verdammt. Wieso zwei von drei? Ich habe die nur drei Mal gescannt. Scanner-Raum-Fragment. Scanner-Raum-Fragment. Wie viele Plätze haben wir noch? Blei. Ja, Scanner-Raum haben wir ja. Neue Blueprint. Acquired. Sehr schön. Bioreaktor. Auch nicht schlecht. Eins von zwei. Oh. Da vorne dieser Kleine, der gerade eben darum geschwommen ist, das war ein Beißer. Das ist ja immer eine schlechte. So, letzter Tauchgang. Wobei. fahren wir mal wieder zurück gucken wir uns noch die Message an und dann ist der Schluss für heute ja, wie gesagt, manchmal ist es ein bisschen aufregend manchmal nicht manchmal findet man Sachen, also man kann ohne weiteres auch so wie wir gerade durch die Gegend pirschen ja, ich müsste mal was essen, genau man kann also mal was erforschen, wie wir das gerade gemacht haben da findet man interessante Sachen aber man kann sich halt auch ohne weiteres an diese Nachrichten halten, die einem halt geschickt durch die Geschichte führen auch und die ist ganz gut über Feedback, übrigens würde ich mich sehr freuen wenn ihr Vorschläge habt oder so ich muss irgendwann noch eine Basis bauen das ist auch eine der Teile, die man hier machen kann die auch sinnvoll ist aber momentan sind wir alle dabei alles zu finden, was wir brauchen so was essen oh, den wir mal den salzablage und da kann man was essen, was wir machen gepückelt schwebefisch und ein bisschen wasser aus dem blasenfisch machen wir die mal aus packen wir wieder weg so 23, 23 die sind ja nicht gleich du weißt du, ob die jetzt alle gleich sind? du musst doch mal schauen Wasser kümmern wir mal ein bisschen mit dem 20er und dem 30er und eine Nachricht Oh, der Ossi hat keiner hat ihm gesagt, dass wir abstürzen können okay der wurde vom Herabstand Seemuttendorf fast zerstört und hält sich an den Rand als Hüllensystem und so ein Schlangenvieh frisst sich durch die Hülle hmm Kirscher fragt sich das soll man abholen Position ist gespeichert das ist jetzt die Frage welche Dings ist das? na, die 17er da waren wir eben doch oh man ja können wir aber stehen lassen weil da ist ja der dieser komische ähm Dings Navi heißt das nochmal Schubkanone okay Laserschneider Konstruktionswerkzeug Basismodule ja, da wollen wir hin ähm eine Tauchleine hmm können wir mal ausprobieren ich wollte erst eigentlich mal die schöne Luftpumpe bauen und dann brauchen wir nochmal Titan für die Leitung Titan haben wir hier noch Titan ja Ausrüstung die Leitung fünf Stück nochmal zehn Stück so und äh die Buien können wir noch nicht die Tauchleine in Titan und Schlimpfanz in Proben ja wie dem auch sei ähm gucken wir nochmal kurz was fehlt uns nach Baupläne ähm hier steht leider nicht immer was dabei was die geben äh Thermometer können wir noch haben hm Kompass brauchen wir auch nicht der Kreis den hier könnten wir noch machen da brauchen wir Fasergewebe für das machen wir als nächstes da sparen wir nämlich Sauerstoff Laserschneider brauchen wir noch müssen wir also finden die Teile Signalbuje war auch nicht schlecht da könnte man nämlich sagen da ist ein Wrack dann wollen wir noch hin oder da ist was bestimmt ist was wir brauchen sieben heute 0 von 3 äh nee da haben wir schon viel mehr gehabt äh das kann ja auch okay äh Merkzweckraum müssen wir auch noch finden den braucht man im Endeffekt um seine Basis zu bauen und eine Luke und andere Sachen dafür brauchen wir äh Quarz und Titan Solarmodule Bom auch Bioiraktor 1 und 2 da haben wir doch schon zwei Stück von gefunden naja äh Basisinstallation der Scannerraum kann innerhalb von 500 Meter mit Suchdrohnen Sachen abscannen zeigt einem an wo äh Erze sind ähm die spawnen übrigens immer wieder neu die Erze und ähm ja und wir haben noch ein PDA bekommen ne Rettungskapsel 17 Besatzungsaufzeichnung aus dem Tagebuch ähm seltsam aussehende Höhlen in der Nähe da müssen wir nochmal gucken die Aurora hatte alles zum Bau eines Phasentores mobile Fahrzeugstationen Bioreaktoren Schubkanonen er hat ein Kino 0G Trainingsraum ein Café äh ich weiß nicht warum er da ist ähm ja ok wie dem auch sei hier hören wir auf und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal hoffe ich bis dann ciao oh 5 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 4 3 5 5 5 6 6 7 8